Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside Clips zu einem neuen Video. Heute wollte ich hier nochmal ganz genau auf unseren möglichen Neuzugang Fabian Santons drauf schauen, ob das ein guter Transfer für Schalke sein kann. Generell nutze ich ja hier Schalke Inside Clips, um euch nochmal weitere Infos zu liefern, um generell auch vielmal mit der eigenen Meinung ein paar Sachen zu besprechen, was Schalke 04 angeht. Und ich finde, da passt das aktuelle Thema rund um Fabian Santons wirklich sehr, sehr gut hinein, um auch eben mal draufzuschauen, ist das ein Spieler, der Schalke helfen kann? Könnte es ein guter, passender Deal sein, kurz vor Ende des Transferfensters? Denn bis morgen Abend um 18 Uhr ist die ganze Geschichte bei uns in Deutschland ja möglich, noch neue Spieler zu holen. Schalke will da ja nochmal nachlegen und Fabian Santons ist ja derjenige, der eben auch dann ganz klar im Fokus ist. Wenn ihr weitere Videoideen habt für Schalke Inside Clips, könnt ihr die auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß, manche fragen sich, wo ist hier der Mehrwert? Warum ist hier manches gleich wie auf Schalke Inside? Bei einem Transferupdate wie gestern kann das logischerweise aber passieren. Hier und heute reden wir jetzt mal über Fabian Santons und ob er ein guter Neuzugang für uns sein kann. Legen wir erstmal los. Generell mit Schalkes Plan, den man noch verfolgt in den nächsten guten anderthalb Tagen, um eben auch dann vielleicht nochmal transfertechnisch zuzuschlagen. Was ja klar ist, ein neuer rechter Verteidiger soll kommen, der im besten Falle natürlich auch offensiv ausgerichtet ist und damit ein anderer Spielertyp sein sollte als Brunner oder Matriciani. Bereits im letzten Sommer hat man sicherlich dort durchaus auch einen Fehler gemacht in der Kaderplanung, dass man eben nach dem Abgang vom MOID darauf verzichtet hat, einen offensiven rechten Verteidiger zu holen. Jetzt braucht man einen natürlich auch als Recht für die Dreierkette von Karel Gerrads. Es ist die Position, wo natürlich auch schon am längsten der Schuh drückt, wo auch schon im Dezember eigentlich klar geworden ist, da braucht Schalke einen neuen Spieler und somit sucht man eben auch hier nach einem Neuzugang, der dir sofort weiterhelfen kann. Man hatte ja am letzten Wochenende schon einen Deal nahezu fix mit Kofi Kuao. Die ganze Geschichte ist aber Montagmorgen geplatzt und seitdem, ist ja auch klar, ist Fabian Sontance die Alternative. Hier ist wohlmöglich eine Laie ohne Kaufoption denkbar. Er kann den FC Nantes nun auch im Winter noch kurzfristig verlassen. Und da habe ich mir mal die Frage gestellt, wie gut ist denn Sontance tatsächlich? Was kann man über ihn schon jetzt rausfinden? Was gibt es für Geschichten, die ich euch auch eben dann mitgeben kann? Und natürlich auch die große Frage, kann er Schalke helfen? Welcher Spielertyp ist er? Und genau das gucken wir uns jetzt auch mal an. Generell erstmal zum Spielerprofil. Fabian Sontance, er stammt aus Frankreich, das hört man natürlich auch schon an seinem Namen. Und ich hoffe, ich spreche ihn halbwegs richtig aus. Aber darum soll es natürlich heute gar nicht großartig gehen. Für den FC Nantes in der Liga A spielt er seit im Sommer 2022. Er ist damals für satte 4 Millionen Euro vom FC Metz gekommen. Und damals im Sommer 2022 war Schalke auch an ihm interessiert. Bedingt durch die hohe Ablöse von diesen 4 Millionen war es aber dann nach unserem Bundesliga-Aufstieg nicht möglich, dort mitzuhalten. Sontance ist Franzose. Er hat auch bislang in seiner Karriere nur in seiner französischen Heimat gespielt. Seine beste Zeit hat er eben sowohl in Metz als eben auch dann in seinem ersten Jahr bei Nantes. Er ist in diesem Januar vor ein paar Tagen 28 Jahre alt geworden. Sprich, wir haben natürlich einen Spieler ohne Wertung, das jetzt auch hier erstmal zu sagen, mit viel Erfahrung. Aber logischerweise auch kaum Entwicklungspotenzial. Sein Marktwert liegt bei 3 Millionen. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. Sprich, rein von der Ablöse wäre er natürlich bei einem Marktwert von diesen 3 Millionen für einen Kauf jetzt zu teuer. Aber auch durch die Vertragslänge ist eine Laie auf jeden Fall möglich. Nominell ist er rechter Verteidiger, der aber auch schon links hinten verteidigt hat, so wie er auch im rechten Mittelfeld gespielt hat und somit durchaus optimal sein dürfte für eine Dreierkette. Und dann ist natürlich auch die Frage, wo liegen denn dann auch genau seine Stärken und natürlich aber auch, und auch das ist wichtig, seine Schwächen. Schauen wir erstmal auf die Stärken von Fabian Santons. Und da kann man auf jeden Fall auf den ersten Blick schon sagen, wir haben hier tatsächlich einen offensiv ausgerichteten rechten Verteidiger, der eine sehr, sehr gute Geschwindigkeit mitbringt, der generell sehr laufstark ist, der wirklich die Seite hoch und runter ackert und vor allem aber auch ballsicher ist und eine ganz gute technische Qualität mit reinbringen würde. Er sucht ganz gerne auch den Weg in die Tiefe. Also ist keiner im Vergleich zu Cedric Brunner, der auch im frühen Drittel sozusagen dann auch mal schnell die Flanken schlägt. Der ist schon einer, der auch ganz gerne mal in die Tiefe geht, aber auch ganz gut Räume eröffnen kann durch Passspiel, durch Laufwege. Und das ist wirklich eine Qualität, die Santons im Offensivspiel mitbringt. Denn generell ist er einfach einer, der mutig nach vorne spielt, der auch einen ganz guten linken Fuß hat, mit dem er auch mal ganz gerne in die Mitte zieht und den Torabschluss sucht. Also auch das ist etwas, was Santons auszeichnet. In Sachen Defensivarbeit ist er auch einer, der bislang vom Profil her einer ist, der vielleicht doch sogar in einer Dreierkette rechts hinten spielen könnte. Das hat er in seiner Karriere aber auch erst einmal gemacht, aber rein von dem, was er kann, weil er auch einer ist, der sehr aggressiv in den Zweikämpften drin ist, sehr giftig ist, ist es sicherlich etwas, was er auch kann. Also generell hat er auch Defensivqualitäten, wodurch er eben auch wirklich gut in eine Dreierkette hineinpassen kann, als rechter Schienenspieler, aber ihm auch genauso gut in eine Viererkette. Somit passt er natürlich optimal ins gesuchte Profil. Und wenn ich eben auch dann mal rein von dem, was man bislang von den Spielern gesehen hat, von dem, was sie geleistet haben, Fabien Santons mit Kofi Kouau vergleiche, kann man sicherlich schon sagen, dass er vielleicht sogar Stand jetzt der bessere Spieler ist. Denn, und auch das ist wirklich interessant, in der vergangenen Saison, als er eben dann sein erstes Ever FC Nord hatte, war er Stammspieler in der League A. Er hat dort wirklich Woche für Woche in der Startelf gestanden, hat seine Scorer-Punkte gesammelt. Das waren in der letzten Saison dann auch in 23 Spielen zwar weder ein Tor noch eine Vorlage, aber er hatte dort trotzdem einen großen Anteil daran, dass man eben diese Saison so abschließen konnte, dass man in der Liga geblieben ist. Und auch wenn vielleicht die Scorer-Werte jetzt auf den ersten Blick nicht überragend sind, hat er in seiner Karriere dort aber schon auch ganz Gute gehabt. In der Vergangenen- oder in der Vorsaison hat er eben dort für Metz noch in 19 Spielen vier Tore erzielt und eins vorbereitet, zuvor auch bei Metz drei Tore vorbereitet. Also auch er ist jetzt keiner, der über die krassen Scorer-Punkte kommt, ähnlich auch wie Kofi Kuao, auch der hat jetzt keine riesen Scorer-Werte gehabt. Das liegt aber auch einfach sicherlich daran, dass Nord in der unteren Tabellenhälfte oftmals mit dabei ist, keinen krassen offensiven Fußball spielt, aber er kennt damit natürlich auch den Abstiegskampf, was auch für den Moment nicht verkehrt sein dürfte. Und natürlich hat er mit seinen 28 Jahren auch ein großes Paket aus Erfahrung mit dabei. Er kann Schalke sicherlich sofort helfen und per Laie ist er eben auch nicht allzu teuer. Und damit deckt er einfach gesagt das ab, was Schalke hier auch braucht. Ich denke mal, durch das Interesse im Sommer 2022 dürften hier auch noch Kontakte da sein. Ich kann mir schon noch ganz gut vorstellen, dass Hechelmann ihn bereits kennt und vielleicht auch schon damals lose Gespräche mit ihm oder seinem Berater geführt hat. Und auch das kann natürlich dann ein Vorteil für Schalke sein. Und ganz einfach ausgedrückt, er ist kurzfristig zu haben, jetzt auch kurz vor dem Deadline Day, weil Nord auch durchaus bereit ist, ihn abzugeben. Und auch das ist natürlich eine klare Stärke oder anders gesagt auch ein klarer Vorteil von einem möglichen Deal. Aber was ich eben auch wichtig finde, ist anzusprechen, was vielleicht nicht so gut ist bei Fabian Sautantos und was dann vielleicht auch die möglichen Schwächen oder auch Nachteile sind. Generell muss man hier auf jeden Fall dazu sagen, dass Sautantos ein Spieler ist, der schon auch über eine gewisse, wie angerissen, Aggressivität, Giftigkeit verfügt, also schon auch ein Spieler ist, der schon auch Emotionen mit reinbringt und da vielleicht auch das eine oder andere Mal nicht ganz so sauber agiert. Vor allem auch sein Passspiel ist manchmal einen Ticken zu riskant. Teilweise agiert er etwas wild und muss da vielleicht nochmal in seinen Offensivaktionen das Optimale rausfiltern. Er hat natürlich aber auch einfach Fähigkeiten, die uns helfen, aber generell geht es ja hier jetzt erstmal nur um die Reihenschwächen. Und da gehört es eben auch zu, dass er im letzten halben Jahr in der Liga A nur dreimal gespielt hat. Er stand die meiste Zeit gar nicht im Kader, er hatte kaum Spielzeit und damit ist das natürlich auch ein Faktor, den eigentlich Karel Gerrads nicht haben wollte. Denn von Anfang an war ja klar, Karel Gerrads wünscht sich schon Spieler, die eher im Saft stehen, die damit auch sofort helfen können, die schon auch etwas Spielzeit gehabt haben. Weder Daku Czolinov noch Fabian Sautantos haben das, aber damit muss man dann vielleicht eben auch jetzt zum aktuellen Transferzeitpunkt klarkommen. Zudem hat er sich eben, und das lag auch daran, dass er wenig gespielt hat, mit seinem Ex-Trainer überworfen. Er hat deswegen nicht gespielt, der soll charakterlich nicht ganz so einfach sein. Das wurde zumindest jetzt auch so dann halt berichtet. Zudem haben wir natürlich hier einen Spieler, der schon 28 Jahre alt ist. Das heißt, wir haben jetzt hier kein Perspektiv-Transail mit 22, 23 Jahren, wo man vielleicht dann noch sagen kann, in zwei, drei Jahren können wir den fürs Doppelte wieder verkaufen. Aber natürlich ist auch klar, dass er auch generell ein Spieler ist, der wohlmöglich zu teuer sein wird, Uni, um ihm im Sommer eben auch dann im besten Falle als Zweitliges kaufen zu können. Auch das sollte einem bei einem möglichen Deal klar sein. Deswegen überrascht es mich auch nicht, dass hier eine Laie ohne Kaufoption Thema ist, weil eine mögliche Kaufoption höchstwahrscheinlich ohnehin zu hoch sein würde. Und dann kommen wir zum Fazit und natürlich auch damit zur wichtigen Frage. Könnte Fabian Sontance ein guter Transfer für uns sein und damit auch die gesuchte Verstärkung für die rechte Abwehrseite? Und da gibt es von mir die knappe und kurze Antwort am Anfang jetzt mal hier von meinem Fazit. Ja, für die jetzige Situation kann das ein guter Transfer für uns sein. Ich glaube, dass er tatsächlich auch als Spielertyp sogar in dem aktuellen Moment besser helfen kann als Kofi Kuao. Zumindest für den Moment in Sachen Potenzial wäre das vielleicht nochmal eine andere Frage. Aber für den jetzigen Zeitpunkt, um jetzt sofort in der Rückrunde uns helfen zu können, glaube ich schon, dass das Sontance auf jeden Fall kann. Natürlich ist dort die geringe Spielzeit nicht optimal. Es ist aber eben auch kein Spieler, der in seiner Karriere schon großartig verletzt war oder sonst was. Also der wird durchs Training, auch durch die zuletzt gezeigten drei Kurzeinsätze sicherlich fit sein. Und natürlich ist auch klar, wenn ein solcher Spieler in der ersten französischen Liga zumindest mal regelmäßig spielen würde, dann hätte man gar keine Chance, ihn jetzt im Winter zu bekommen. Charakterlich muss man natürlich schauen, was dort dann wirklich auch Sache ist. Denn unter dem neuen Trainer hat er in den letzten Spielen dann dreimal immerhin mal wieder kurz auf dem Platz stehen können. Und vielleicht hilft es auch einfach da, dass man ihn schon längere Zeit auf dem Zettel hat. Und natürlich, und da bleibe ich auch bei, ist eine Laie ohne Kaufoption nicht optimal. Aber es geht eben auch jetzt, und davon bin ich überzeugt für uns auf Schalke, nur darum, die Klasse zu halten. Es geht jetzt nicht darum, leider erstmal nicht darum, irgendwas aufzubauen für die neue Saison. Es muss erstmal jetzt der Superkaufwennert werden. Und das ist der Abstieg in die dritte Liga. Und deswegen ist er für dieses halbe Jahr erstmal, glaube ich zumindest, eine gute Option. Darüber hinaus vielleicht nicht zwingend. Zum einen, weil er, glaube ich, zu teuer werden kann und eben auch schon 28 Jahre alt ist. Man muss aber so kurzfristig zufrieden sein mit dem, was man hat. Sprich, ganz knapp nochmal zusammengefasst. Ich glaube, Fabien Sautens ist der passende Spieler für den aktuellen Moment, der helfen kann, um nicht abzusteigen und ein wirkliches Upgrade darstellt zu Cedric Brunner. Im Sommer braucht es aber dann noch hier generell Veränderungen. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was ihr zu Fabien Sautens sagt und was ihr denkt. Geht der Deal über die Bühne, ja oder nein? Denn noch einmal, wir reden hier nicht über einen fixen Transfer. Wir reden über ein durchaus konkretes Transfergerücht, wo bis morgen Abend natürlich auch noch ein bisschen was passieren kann. Denn klar ist, Schalke sucht auf dieser Position nach einem Neuzugang. Schalke braucht auf dieser Position einen Neuzugang. Fabien Sautens könnte es werden. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zu diesem Format, zu weiteren Videoideen in die Kommentare schreiben. Natürlich auch eure Meinung zu Fabien Sautens. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf, Anna de Schalke.